Was war überwältigend? Es war überwältigend. Eigentlich eher sprachlos im ersten Moment. Als ich drinnen war, war meine Entscheidung schon klar, wo ich meine Zähne machen werden lasse. In Deutschland ist die Atmosphäre nicht so gut wie hier in Bahner. Der Patient ist hier herzlich willkommen. Man fühlt sich faktisch wie zu Hause. Ich habe Angebote aus Deutschland eingenommen und habe dann im Internet recherchiert. Und dann bin ich durch Zufall auf die Dentalplan gekommen, habe mir ein Angebot angefordert und habe daraufhin entschieden, dass ich nach Bahner fliege, um dort ein Angebot machen zu lassen. Und habe auch dann die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Zahnersatz hier bekomme. In allen Sachen, also sehr gut beraten wurde, keine Schmerzen hatte, was auch wirklich stimmt. Ich musste nie Schmerzmedikamente nehmen während der ganzen Behandlung. Also ich würde es ihnen nur nahelegen, in diese Klinik zu kommen und ihre Zähne hier machen zu lassen. Also ich hatte nie Angst gehabt. Generell für Angstpatienten würde ich empfehlen, zur Klinik zu kommen, weil es hier alles in Ruhe und in Gelassenheit durchgeführt wird. Man wird in den Tiefschlaf gelegt. Man spürt absolut gar nichts. Benta Prime ist eigentlich vollkommen perfekt. Hallo. 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 Hallo Ich habe Taschenland, Untertitelung des ZDF, 2020